Willkommen bei Finance Experience. Heute stellen wir euch ein äußerst interessantes Video von Robert Kiyosaki in deutscher Übersetzung vor. Robert Kiyosaki spricht darüber warum man jetzt unbedingt echte Werte besitzen muss, dabei geht er davon aus, dass man die jetzige Zeit nur mit echten Werten überstehen wird und zieht zum Vergleich Parallelen zur Krise in Argentinien. Wenn ihr Roberts Theorien erfahren wollt und ihr wissen wollt wie ihr euch jetzt richtig schützen solltet, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Bevor es losgeht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's uns auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für eure Unterstützung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Robert Kiyosaki sagte folgendes. 1971 wurde der US-Dollar zur Fälschung, denn Nixon hebte zu dieser Zeit den Goldstandard auf. Damit machte er den Besitz von Gold für Amerikaner illegal. Sie sagten sogar, dass es eine Straftat ist, Gold zu besitzen. Damals wusste ich noch nicht, was Gold ist. Tatsächlich gibt es heute drei Arten von Geld, dessen müsst ihr euch bewusst sein. Das eine ist Gottes Geld, und Gottes Geld ist Gold und Silber. Leider wissen viele Menschen heute nicht einmal wie es aussieht. Und dann gibt es das Geld der Regierungen, das sind Fiat-Währungen, also der Dollar, der Yen, der Peso, der Euro, der Juan, die sind alle gefälscht. Und alle arbeiten hart dafür, doch es ist als würde man falsches Essen essen oder falsches Wasser trinken. Das ist der Grund, warum die Menschen finanziell krank werden, weil sie für falsches Geld arbeiten. Und dann gibt es noch die gefälschten Vermögenswerte. Aber kommen wir zurück zu Gold und Silber. Ich nenne es deshalb Gottes Geld, weil man es nicht fälschen und beliebig vermehren kann. Und weil es bereits da war, als die Erde erschaffen wurde, genauso wird es auch noch da sein, wenn wir alle tot sind. Es wird sozusagen alle gefälschten Dollars, gefälschten ETF oder auch diese künstlich aufgepumpten Aktien überleben. Wenn man sich anschaut, was der Zweck der FED oder der Bank of Japan, sowie der Europäischen Zentralbank ist, sie pumpen nur falsches Geld in die Märkte. Denn der tatsächliche Zweck von Zentralbanken ist es, die Banken zu schützen und nicht die Bevölkerung. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich dabei um kriminelle Machenschaften. Spart also nicht in Fiat-Währungen, spart nicht das Geld der Regierungen, denn es ist korrupt. Spart nur das Geld Gottes. Dabei muss man beachten, dass beispielsweise Gold in einigen Ländern für die Menschen viel teurer ist. Wenn sie in einem Land wie Argentinien leben, ist es teurer, weil der Spotpreis relativ zur Währung des Landes ist. Wenn die Leute in Argentinien damals in Gold und Silber investiert hätten, ginge es ihnen heute gut. Als ich 1972 hinter feindlichen Linien flog, kaufte ich in Hongkong meine erste Goldmünze. Es war ein Krügerrand, ein südafrikanischer. Der Krügerrand kostete mich 50 Dollar. Heute ist dieselbe Münze etwa 1800 Dollar wert. Was ist also passiert, dass die Bestände weiter sinken? Es ist ganz einfach, weil China es kauft, weil Russland es kauft, auch die Türkei kauft es. Jeder kauft Gold und auch die Zentralbanken tun es. Schauen Sie sich auch an, warum Sie Silber haben sollten, denn es könnte unsere beste Investition von allen sein. Schauen Sie sich an, was gerade passiert. Die Nachfrage nach Silber steigt stetig und die Nachfrage nach Silberprodukten in China ist auf einem Rekord hoch. Denn obwohl die Weltwirtschaft fast zusammenbrach, stieg die Nachfrage nach Silber weiter an. Die Menge des Silbers geht auch deshalb zurück, weil es in der Industrie verbrannt wird. Ich denke also, dass Silber eine großartige Gelegenheit für die junge Generation ist, denn fast die Hälfte des gesamten geförderten Silbers landet auf Mülldeponien, und das ist wirklich eine große Verschwendung. Jeden Tag wird also eine Menge des produzierten Silbers weggeworfen. Sehen Sie sich das genau an, das zeigt Ihnen nur, was mit dem Preis passieren wird. Der Preis wird immer steigen und fallen, aber Sie müssen sich die Lagerbestände ansehen. Das ist es, was jetzt entscheidend ist. Jeder will jetzt grün werden, also wird die Nachfrage und damit auch der Silberpreis steigen. Wagen wir auch noch einen Blick auf den Immobilienmarkt, denn ihr beklagt euch immer, dass ihr euch kein Haus mehr leisten könnt. Mein Tipp dazu, wartet einfach bis der Markt zusammenbricht, denn das wird passieren. Dann könnt ihr euch ein Haus kaufen. Auch ich habe nach dem Zusammenbruch in 2008 Immobilien gekauft. Schauen Sie sich auch jetzt das Allzeithoch am Aktienmarkt an. Immobilien sind ebenfalls auf einem Allzeithoch. Die medizinischen Kosten sind so hoch wie nie zuvor. Und diese gefälschten Finanz- und Vermögensplaner erzählen Ihnen jetzt, dass sie langfristig investieren sollen, während der Markt ein absolutes Allzeithoch erreicht hat. Und was hat die Blase ausgelöst? Es war natürlich die Fed, denn die Fed druckte weiter und immer weiter Geld. Sie hat diese Blase immer weiter aufgebläht. Wenn Sie heute Silber für 20 Dollar kaufen, können Sie damit rechnen, dass es in zehn Jahren einen höheren Wert hat. Und eine Investition von diesen paar Dollar kann sich jeder leisten. Ich zähle nicht den Preis, was es kostet, Gold oder Silber zu kaufen. Ich zähle nur die Anzahl der Unzen, die ich besitze. Es ist mir also egal, wie hoch der Preis ist. Mich interessiert nur, wie viele Unzen ich habe. Ich würde heute nicht mehr diversifizieren. Mit 72 traf ich meinen ersten Finanzplaner, der mir sagte, ich solle diversifizieren. Ich sagte ihm, er sei verrückt. Man kauft ein bisschen von diesem ganzen Mist und all den Papieraktien, Anleihen, Investmentfonds, ETF, sogar Immobilienreiz. Das sind meiner Meinung nach gefälschte Immobilien. Ich rühre dieses Zeug nicht an, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage nur, dass sich heutzutage jeder bewusst sein sollte, was hier noch echt und was unecht ist. Und was denkt ihr? Liegt Robert Kiyosaki mit seinen Einschätzungen richtig? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020